Also wir haben jetzt irgendwie eine Alternativroute gefunden. Auch einige Menschen, die den Weg noch hierher gefunden haben, obwohl sie versucht haben, vorne aufzulösen. Ich weiß nicht, ob das zu hören ist, aber das ist schon eine sehr, würde man sagen, verquere Atmosphäre. Aber wie gesagt, tausend Leute, die sich irgendwo zusammenfinden, die kann man nicht so einfach von jetzt auf gleich auflösen, selbst wenn die Polizei das ganz gerne hätte. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut. Wir sind laut, weil man uns die Freiheit klaut.